So, willkommen zur Analyse des Prime-League-Games NNO gegen TOG des gestrigen Tages. Gucken wir noch ganz kurz ein paar Worte zur Draft. Das war die gesamte Draft, there we go. Man muss dazu sagen, ups, wir machen mal die Kamera in die Mitte, wir haben einen Bann gemisst, weil nur wenn ich schnell genug LeBlanc locken konnte, weil der Bann auf dem Turnhaut war ein bisschen anders, sonst hätten wir hier LeBlanc gebannt, aber wäre eh egal gewesen, die hätten Trünne mehr gepickt. Sehr smarter Mordekaiser und Cannon-Bann von den Gegnern, weil wir AP eigentlich picken wollten, wir haben zwei Assassins, wir wollten noch Blue-Kane gehen, mit anderen Worten, alles für magische Schaden, was wir kriegen können, wäre gut für uns. Bannen sie und picken dann Gwen, damit sind alle Top-Lainer rausgenommen, bis auf Rumble, die magische Schaden machen würden und Rumble wäre nicht gut als Counter-Pick. Deswegen picken wir Jax, Jax ist insane dieses Game, gegen Gwen, Trinne mehr, Jab und Tristana, sehr, sehr gut, nur gegen Vex ein bisschen mäßig. Vielleicht war meine letzte, meine Jax-Performance letzte Woche auch eher mäßig, aber das lag auch an anderen Umständen mit Early-Double-Waffe auf Kamel und so. War das wild, aber dieses Game mit Jax sollte ganz gut funktionieren und dann springen wir auch straight ins Game rein. Das Smartphone-Igene, was sie gemacht haben, war Jungler-Bann, Jarvan-First-Picken, die meisten Jungle-Level spielen sind Kha'Zix, Shyvana, Jarvan und Evelynn. Und Kane ist dann so nächster Argoin-Champion. Das ist, glaube ich, auch die beste Entscheidung, Argoin zu targeten von all unseren Spielern, aber Argoin ist auch so fucking gut auf Kane, dass es nicht die größte Rolle spielt. Und daher Argoin ist einfach sehr gut auf all diesen Champions, weil er einfach ein guter Spieler ist, ein sehr guter Jungler ist und dann kriegt er auch mit einem, sagen wir mal, B-Tier-Champion, weiß nicht, wo Kane eingerankt wäre, aber auf jeden Fall kein guter Jungler, kann Argoin trotzdem gute Erfolge mit leisten. Geil, dann jumpen wir ins Game. Eigentlich alles von Draft gesagt. Das ist meine Visage, die wollen wir nicht zusammen sehen. Jax ist sehr gut gegen Jarvan, nur nicht im Early-Game, weil im Early-Game ist es ziemlich rough für Jax zu traden gegen Jarvan, denn er hat mehr Outerick-Reichweite, 50 Reichweite mehr, 175 zu 125. Und mit Grasp und Jarvans Passive gewinnt er halt kurze Trades, während Jax hat lange Trades möchte mit seiner Passive gestackt und Conqueror gestackt. Das ist oftmals so die Top-Line-Dynamik, wenn jemand Grass spielt und der andere Conqueror, dann ist halt ein Champion mit Stacks besser und der andere wie kurze Trades. Das ist das gleiche wie mit Camille gegen Irea oder sowas. Und er forstet mir sein Bowen-Planning, tanken die Wave und pushen die Wave. Es spielt keine Rolle, wiefern ich Top-Line-HP verliere, weil es geht legit nur darum in dem Match-Up, dass ich Push bekomme. Solange ich auf der dritten Wave V-Coin kann, bin ich happy. Aber ihr habt in dem Fall Tamos, ihr habt das ganz gut gespielt und ich konnte es auf der vierten Wave resetten, was nicht meine Winkel, also ist immer noch fein für mich, aber wäre besser für mich, früher zu resetten. Hier meinte Kani, er wusste nicht ganz genau, wie viel Damage Rastana macht, weil er lange nicht gegen sie gespielt hat. Sein Exhaust war sehr, sehr spät und er war basically schon dead. Erstmal ein kleiner Rückschlag, ne? Bot-Lane ist immer ein bisschen rough, wenn wir kein S-Will haben. Aber das kriegen wir dann schon noch gemeinsam wieder hin. No Way of Zed gegen Trunami, auch ein sehr undankbares Match-Up, weil der quasi nie Kill-Press hat. In-Laning-Faced-Ass of Zed hat dann Zed gegen Trunami-Kill-Pressure, wenn er halt seine Ult einmal forsten kann und dann früher wieder die eigene Ult abhat. Das Death-Mark kann da durchaus stärker sein als die Undying-Rage. Herr Burkin muss jetzt unten einfach nur versuchen, den Wave zu klären und zurück zu tippieren. Und wie gesagt, top, dann können wir auf der vierten Wave den Slow-Push kollapsen. Und dann V-Coin unsere Cropting-Pots auffüllen und haben das Match-Up damit souverän abgeschlossen fürs Early-Game. Ja, Javan hat einen riesigen Slow-Push, der jetzt zu mir bounced. Was keiner sagt, weil in der Situation, wir haben gesehen bei Argo-Gens-Deep-Wort, dass Gwen Top-Sight ist. Mit anderen Worten, wir wissen ganz genau. Gwen kann mich dann nach ganken, aber ich habe natürlich exquisite Vision von Argo-Gens-Grab, Argo-Gens-Deep-Wort und meinen eigenen Worts. Von daher, alles was ihr gerne machen könnt, ist Top-Den ganken. Und das Problem ist halt, ich kann die Wave deswegen nicht contesten. Weil ich könnte theoretisch hier Lebenspunkte für die Wave traden, aber es halt nicht gut, wenn Gwen mich ganken kann. Das heißt, Javan kann diesen Slow-Push rauspushen und trotz Item-Vorteil, Dorans-Blade plus drei Cropting-Pots kann ich nicht gegen Javan traden. Weil wäre halt nicht gut, weil die Wave auch sehr, sehr groß ist und Gwen halt moven könnte. Nee, nee, es ist nicht wahrscheinlich, dass sie kommt, aber sie könnte. Und allein deswegen ist halt nichts gut, HP zu traden, weil Argo in der runterpusht. Nicht so nice auf einer großen, fetten Wave dann HP zu verlieren. Trotz Item-Vorteil. So, dann Javan macht den riesigen Fehler, er hat die Wave sehr stund an den Turm gebracht, aber leider TP der zu Lane zurück. Was richtig, richtig bad für ihn ist, weil er theoretisch nicht hätte TPen müssen, die Wave wäre zu ihm zurückgekommen und er wäre fein. Aber wollte irgendwie selbst verlenken in dem Spiel, was keinen Sinn ergibt, weil ich dann, ich habe ja TP-Advanced. Das heißt, ich kann auch, wenn die Wave für mich suckt, immer noch zurück-TPen und ich bin fein. Aber hier kriegen wir dann tatsächlich TP-Vorteil raus und der ist halt richtig, richtig huge für uns. Weil Botlane wurde ja bereits versplattet und struggelt. Und wenn ich eins gerne mache, ist es dann Bröki und Karni aushelfen. Haben wir bis jetzt in der Prime League auch oft gemacht, nur am Anfang mit den Set-Games. Aber ja, die Gegner machen jetzt einen sehr aggressiven Play-Botlane, was richtig bad von ihnen ist, weil sie ja TP-Advanced wissen sollten. Hier soll doch immer die Kommunikation von Javan sein, dass sie aufpassen müssen, Botlane. Weil, guck mal hier, eine Javan Interrupted legit mein V-Con mit der Standarte. Das heißt, die Gegner wissen genau, Jax wird resetten. Meine Wave kommt sie mit zurück, auch wenn ich permanent verliere. Meine beiden Plays in Toplane zurück-TPen oder Bot-TPen. Und eigentlich wäre es für Javan quasi optimal, einmal mit dem V-Con zu canceln, dann zu warten, bis ich auf die Wave-TPere. Und soweit ich auf die Wave-TPere, kann man Botlane ein Play machen. Weil soweit ich auf der Wave wieder zurück bin, dann ist Botlane halt viel, viel sicherer, weil Jax nicht dazustoßen kann. Aber Botlane ignoriert das, obwohl Javan es kommunizieren sollte. Und gehen heim, während ich quasi genau im Base bin. Also nutze ich diesen Timer aus. Und TP-Botlane. Richtig, richtig geil, wenn ich die P-Twardish ausnutzen kann. Für eine Double-K. Die auch sehr schön von Karni kommuniziert, dass die Vex-Flash hat. Weil sonst wäre es natürlich richtig geil, ob sie zu EQen mit Counter-Strike und Leap-Strike. Aber in der Situation ist Flash besser, damit Vex nicht reagieren kann. Wird sie quasi straight gestunnt, kann keinen Flash durchbringen, kann man sich nicht fieren. Und wir kriegen aufgrund dessen beide. Jetzt passiert der größte Filler des Early-Games. Und zwar hier. Hätten Brüke und ich darüber reden müssen, was wir machen wollen. Ich war gerade zu happy mit dem Double-Kill. Und Brüke wahrscheinlich einfach auch, dass ich Bot-Tipid bin. Weil hier ist es richtig bad. Top-Wave-Slow-Post jetzt zu mir. Also, es wäre, ich muss quasi, ich verliere da oben eine Menge Farm, wenn ich jetzt recalle. Hier ist jedes Mal der richtige Play. Jax bleibt auf Botlane. Wir fahren die Mini-Wave mit Jax. Brüke reset und RTP-Toplane. Und es ist Brüke so mein Fehler, weil ich gerade Bot-Tipid habe, Marco-Play gemacht. Und Brüke ist auch Bot-Tipid, hat noch TP, heißt, er kann Marco-Play machen. Mit anderen Worten, hier ist Brüke meiner Verantwortung und Lannisheimer darüber zu sprechen. Klar, Kani kann es auch callen, Nobel kann es callen, Argoren kann es callen. Argoren kann es auch callen, weil der Drake stirbt. Dann sagen, ey Leute, wir spielen jetzt für Top-Side, wir spielen für Herald. Wäre ganz geil, wenn wir es foppen können. Aber hauptsächlich ist es Brüke und mein Versagen. Ist super bad von mir, hier zu recoilen. Ich sollte jedes Mal Bot-Tipid bleiben. Ich bin Full-HP, 6 ist 1-HP mit 1-Mana. Er pusht über 4 schlechter als ich. Und er teleport, um die Top-Wave zu catchen. Das heißt, hier zu recoilen, super boosted. Wäre so verbessert für mich gewesen, Bot-Lane zu bleiben. Ich bin jetzt so OP. Wenn ich Bot-Lane-Farm bekomme, kriege ich sogar noch ein Play-Ding. Ich habe es ja gerade gedouble-killt und ich wäre sehr, 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 sehr strong. Das ist ein Recall-Brüke, spät und TP-Tipid nicht Top-Lane. Das heißt, wir verlieren jetzt Top-Lane 1,5-Waves und wir verlieren 2 Plates. Wir verlieren sogar 3 Waves. Konsequenz daraus, dass ich bin Farm-Behind und ich bin even in Gold mit Jarvan. Hier, wir haben genau gleich viel Gold, 2600 zu 2600. Das sollte niemals passieren. Wir hätten davon ein Lead bekommen sollen von meinem TP-Play und meinem Double-Kill. Aber wir hätten auf jeden Fall einfach Bot-Lane-TPen müssen und Bot-Lane bleiben. Und Brülki TP dann Top-Lane und farmt die gesamte Wave. Sehr, sehr scheiße von mir. Und von Brülki, dass wir das nicht besser koordiniert haben mit unseren TPs und unserem Lane-Assignment. Weil doch langfristig für Top-Lane-Turm bzw. Harald zu spielen, ist halt sehr free. Ihr habt Ziggs, ihr wollt so oder so für Harald spielen. Ihr könnt ein gutes Lane-Assignment haben und auch eine Wave catchen und Jarvan 2 Plates denyen. Und ihr könnt dann für Harald gehen, der dann Ziggs dann wahrscheinlich den gesamten Turm gibt. Also sehr großer Fehler im Early-Game. Schlimmer Bot-Lane-TP von mir und dann sehr, sehr schlecht von mir nicht besser danach die Lane zu bespielen bzw. die richtige Lane-Assignment durchzubekommen. Sehr, sehr bad. Kostet uns echt viel. Ja, trotzdem bin ich immer noch super strong. Mein Trapping ist auch insane gegen Jarvan. Wann immer ich traden kann, kann ich jeden Trade nehmen. Ich muss bloß wissen, wo Gwen ist, weil sonst Gwen halt mich ganken kann. Und dann ist nicht mehr so insane. Hier kommt auch der Gank. Sehr schön die von Tavos gemacht, meinen Jump zu canceln. Das heißt, ich bin gezwungen, den Fight zu nehmen. Glücklicherweise ist Jax sehr sehr gut in solchen Fights. Ich kann also einfach 1-4 und traden. So drücke ich den Jarvan hier zum ersten Mal. Was sehr nice ist, aber trotzdem sucks, dass Gwen ins Game kommt. Na Level 8 bereits. Meistens Farm im Game. Jungle-Position. Quite strong, bekanntlich. Da haben wir nicht alle drei Kills für unser Team. Aber wir sind trotzdem in Gold behind, über Platings und über Farmen. Aber ihr seht ja, diese Trades sind halt für Jarvan absolut losing jedes Mal. Wenn ich reingehen kann, gehe ich rein und trade ihn. Ich war ein bisschen sad, dass wir den Harald abgeben mussten. Ex-Horv ist deswegen Top-Line für Trades gegangen, aber er ist halt einfach Midlane-Match-Up geschuldet. Norbert kann da nicht gegen 300 mehr traden. Keine Chance. Also gehen wir Harald ab, auch weil die Bot-Line hochrotiert. Das war auch, glaube ich, von Burki gesagt, dass er einfach Bot-Plates haben will. Aber das sorgt halt extrem, weil wir jetzt keine Bot-Line-Wave pushen. Und die Gegner kriegen einfach Harald for free, während Burki nicht Spot-Line-The-Night keine Plates selbst bekommt. Wir gucken quasi einfach nur zu, was echt zackt. Wo fallen wir damit dann den Drake? Immer ein guter Catch-Off-Vex, aber den Harald, nicht den Drake. Sven ist so strong, man. Sven macht doch echt viel Spaß. Ein Danke der Philipp Eve und danke auch an Valerian für eures Hubs. Willkommen. Ja, und ähm... Ja, es geht gut sich erst mal ein bisschen. Gegner spawnen Harald. Die habe ich gecallt und ich habe Zeit. Ich werde wieder eine Top-Wave droppen. Aber ich move von Top-Lane zur Mid-Lane, um Harald zu denyen, weil... Arrogin muss Reset, der war in HP, gar nichts zu spät. Also bin ich der Erste, der da sein kann, damit wir hier nicht First-Turret verlieren. Die Gegner gehen heim für First-Turret. Wir werden auch First-Turret verlieren, aber nicht auf der Wave. Ich kann auch einfach Gwen töten, weil die halt einfach heim geht. Was nice ist, also ich bin sehr aktiv im Early-Game, was echt Spaß macht. Ja, nach der letzten Jacks-Performance ist das auch wichtig. Und meine Team ist jetzt auch super-strong. Guckt euch Arrogin's Item, man hat einen Gold-Dinker und... Er kann jeden Fight wählen. Und gerade auch für Drake, jetzt wo Vex gestorben ist, er hat Gwen in Mid-Lane. Aber klar, Norwe hat keine Chance, den Mid-Turm zu defenden gegen Turner mehr. Der Turm ist 1 HP. Der wird fallen, früher oder später. Keine Wahl. Egal, was er tut. Hier ein bisschen Grief von Jarvan. Er tankt den Tor, er will das Platte nehmen und tankt deswegen mein Damage. Kann ihn raus EQen. Aber jetzt weiß ich ja, dass er sehr, sehr spät resetet, weil er dieses Platte genommen hat. Also können wir dann ein Play auf ihn machen. Auf meinen Empower-Spike. Weil er hat ein Plate und eine Wave mit der Night, weil ich wieder weggerompt bin. Aber es ist sehr offensichtlich, dass er nicht V-Coin kann. Also kann ich easy auf ihn committen und auf ihn raufflaschen. Und holen uns dann den Solo-Bolo, Nummer 2. Das ist ein super nice Argo und spielt weiter an für Drakes. Richtig so. Und äh. Kriegen damit auch eine frühe Seele von den Gegnern denied. Was dieses Game richtig wichtig war, weil die Gegner langfristig noch, wie ihr sehen, werdet eine Menge Pressure auf der Map ausüben können. Ja, hier war super nice. Ich kann einfach wegdashen auf meinen Ward, dann stunne ich hier die Gwenn. Gerade so mit dem Stun. Gerade so ist sie gestunnt und dann kann ich auf die Minimave rausdashen, dass ich nicht sterbe. Und ja. Weil es halt super bad, dass wir Harrod verloren haben und First Turret verloren haben. Gerade mit einer Six-Draft und einem stärkeren Top-Line-Matchup wollen wir natürlich für Harrod spielen. Aber das ist alles eine Konsequenz meines Fehlers und Brückis Fehler, weil wir nicht richtig Lannis einen mitgetrieben haben. Das ist nice und ich brauchte noch 100 Gold, deswegen will ich unbedingt für die Wave-Stand, damit ich Divine-Sundra habe. Und wir kriegen sogar noch TP und Gwennold obendrauf, das ist super gut für uns. Gut für Argoin, gut für mich. Meine 100 Gold für Divine-Sundraums fertigzustellen. Auch mein Post-Bike, der mit den Base. Trotzdem erstmal eine Menge Druck gerade auf Midlane. Kann nur aber einfach nicht darauf antworten gegen das Matchup. Unzüglich zum Harrod, der mit denen durchgecharged wurde. Unangenehm für ihn. Ich bin überhaupt zurück-TP, was wahrscheinlich ein falscher Play war. Aber ich wollte nicht, ich wollte meinen Turm da oben droppen, also... Ich wollte Jarvan fighten. Weil ich so viel stärker bin als er. Ihm nicht erlauben, einfach meinen Turm zu nehmen. Ich bin so OP, dass ich einfach alles vorbereiten kann. Ein bisschen bad, dass wir so früh mit Norway geultet hatten. Er hätte einfach noch warten können, bis die Wave von einem Turm ist. So ist es kinder close, aber auch nicht wirklich. Ich bin einfach zu tanky. Meine Ult und Tavis. So eine Rome von Norway. Wichtig für ihn, er droppt eine Wave, aber er kriegt einen Kill. Es ist wichtig, dass er ins Game kommt, nachdem er in Midlane einfach counterpickt wurde. Da habe ich nicht viel mehr dazu zu sagen. Die Gegner machen Pressure auf Bord und Midlane. Wir machen einfach Top-Side-Plays, weil er Jack strong ist und ich immer Plays vorbereiten kann. Er hat sowohl Argo in Kill in Midlane bekommen, als auch in Norway. Und wir werden langfristig stark und kann den nächsten TP wieder vielleicht für meine Teammates aufwenden. Das habe ich gar nicht mitbekommen im Game selbst, wie das passiert ist. Tründermär wurde einfach von Kayn gecatcht. Das coole von Kayn gegen Tründermär, er kann halt einfach in dir drin verweilen, während Tründermär ultet. Und danach halt strong werden. Hamburg hatte keinen Spaß in Tründermär mehr. Weil er mit Gale Force hat dagegen so viel Kill-Pressure, das ist unangenehm. Danke von Frodo für den Zapfeln, mate. Danke dir. Ja, das Game war echt draft zum Zeitpunkt. Wir wussten, wir werden Probleme bekommen, auch mit Gwen, weil die jetzt schon sehr, sehr stark war. Aber nächster Drake-Ford ist halt sehr relevant. Und nächsten Drake-Ford habe ich ziemlich gegrieft. Aber ja, mit Jacks of Sideline wäre es halt theoretisch nice zu spielen. Aber wir haben halt immer wieder diese Fights und deswegen haben wir die Sideline-Situation. Soll ich hier ein bisschen schlecht skippe, weil ich teilweise gar nicht weiß, hier werden wir gedouble-Killt, ne? Das darf halt nicht passieren, so. Fortis ist unsere schwächste Lane aktuell. Die dürfen niemals random Fight forsten. Gerade auch NoWay und Argoon machen auch ein Play. Der auch komplett misslinkt. Darf halt nicht passieren. Gerade Midlane dürfen wir nicht fighten. Mit Ziggs und Rakan, die so weak sind, weil er waren 0-1. Dürfen kein Fight suchen gegen Rakan und Tristana. Ah ja, ich bin mit dem Bot-Lane und hinterher dann Turret. Das ist nice. Hier war richtig disrespectful von mir. Ich hatte keine Info auf die Gegner. Ich würde unbedingt noch eine Wave-Pushen und dann für den Drake-Ready sein. Und der Drake-Fight, das war echt insane. Also Gwen ist so strong. Ich habe in ihrem Gesicht gestanden. Wir waren halt... Also ich kann aber über Drake-Fight reden. NoWay war halt viel zu spät. Sorry. NoWay ist viel zu spät. Er ist auf der Top-Bave. Er ist niemals rechtzeitig für Drake da. Deswegen habe ich auch gecallt in dem Game, dass es fein ist. NoWay kann noch eine Wave-Pushen und dann gehen wir auf den Fight. Weil wir niemals Drake contesten können, wenn unser Zett zu spät ist. Also wir geben Drake jedes Mal ab. Und gehen dann auch auf den Fight, sobald Zett eintrifft. Aber ja, hier ist einfach crazy, wie strong Gwen ist. Weil die Gegner sind stuck im Pit. Jarvan hat keinen Flash und EQ gegen die Wand. Dann haben wir den Fight gegen die Gegner. Aber Gwen facetankt mich einfach. Und ich dachte, ich gewinne das. Aber ich hätte einfach ausflashen müssen aus der Jarvan-Ult. Und mich Gwen einfach gehittet hat. Der hat das Zett da. Ich sollte mit dem Fight gewinnen. Aber aufgrund meines Misplays und aufgrund von, äh, auch NoWay, der die falsche Person holt hat und alles. Weil wir haben einfach alle gemisplayt. Argon hat gemisplayt. Ich habe gemisplayt. LoWay war nicht rechtzeitig da. Es ist ein verlorener Fight. Und da machen wir so, okay, jetzt wird Game richtig hart. Gwen ist jetzt Turbo-OP, höchstes Level im Game. Und sehr, 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 sehr stark. Moment, ich bin zwar auf Side-Land super OP. Aber es ist teilweise schwer zu splitten, wenn die Gegner permanent Objectors forcen können. Und der Hard-Engage von einem Jarvan ist ja auch nicht gerade schlecht. Mit so einem Vex-Follow-Up und auch Gwen-Follow-Up. Von daher, jetzt wird es ein mehr Rav to the McTuff vorbei. Es ist einfach immer noch gut für mich, Bot-Land zu pressuren und dann auch mit Argoin langfristig zu diven. Weil er kann sich auf der Map relativ frei bewegen. Und Damage von Jax ist halt sehr, sehr gut durchzubringen und auch einfach leicht zu diven. Das ist, was ich meinte mit mehreren Z-Ults. Weil es hat das stark von Nova in der Force-Trunner-Mehr-Ult und kitet dann. Und würde jetzt theoretisch wieder zuerst Ult haben. Aber dadurch, dass Trunner-Mehr chastet, kriegt er den Solo-Kimmel mit Ignite. Sehr schön gespielt an der Stelle. Sehr wichtig auch, dass unsere Side-Lanes stark sind, weil Bot dann halt so schwach war, dieses Game. Und es ist auch für Bulky nicht wirklich möglich, dieses Game gut Damage zu machen bzw. zu carryen. Wenn er von Trunner-Mehr umgerannt wird und auch permanent zu enden seinen Schaden einfach mit einem W-Button einfach integrieren kann. Keine Chance dagegen zu spielen, realistisch gesehen. Das ist nice, der Jarva-TV-Bot, aber ich kann einfach den Turm nehmen in seinem Face und ignorieren. Argo, den Call, der kann runterkommen und ihn diven. Ich sage, okay. Ich tanke den Turret mit Sterk, Sketch mit Ult und mit Counter-Strike Jarva ins Damage. Und kann einfach austashen, der Argo kriegt den Kill. Easy. Turm obendrauf, keine Chance für den Gegner, Harald zu forsten bzw. natürlich Nash, Entschuldigung. Weil Trunner-Mehr auch gestorben ist. Von daher ist ein richtig guter Play. Kriegen sowohl Top-Lang-Kill auf Sidelane als auch Bot-Lang-Kill auf Sidelane. Sehr wichtig, dass Jax und Zett stark sind. Hier hat Noble gecallt, er ist fein. Aber ich hätte einfach rein-tippen sollen, weil er ist eigentlich nicht fein. Gwen ist OP. Er wird warm-de-wons und ich bin nicht rein-tippet. Ich hätte viel früher tippen können. Aber er meinte halt, er wäre okay und Gwen warm-de-wons jetzt ihn. Und tut er nämlich auch noch gemeinsam mit deren Bot-Lane, die dazu rotiert. Das war ein richtig großer Throw. Weil die Gegner jetzt für Nash gehen können. Großer, großer Bummer. Wenn ich einfach sofort tippen soll, dann wäre es ein okay Play gewesen. Aber so war es ein schlechter Play, weil No Way 1v1 wird von Gwen. Wenn ich dann alle drei sterbe, war nochmal ein großer, großer Throw an der Stelle. Holy moll, dieses Game. Da fällt den nächsten Drake, aber immer nicht Nash, aufgrund von Agurins Opfer. Aber ja, Drake ist ein Contestable mit dem Jungle in der Base natürlich. Von daher war das klar. Also Soulpoint für die Gegner. Ocean's Soul ist auch dieses Game relativ insane für lange Files. Gerade für Gwen ist das super geil. Aber für Tründermär und Jarvan auch nicht so gut. Ich freue mich, dass ich so ein bisschen schnell das Review machen muss. Ich muss aber gleich zur Prime League los. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit für... Ich kann jetzt nicht über jede Wave reden und was wir uns gedacht haben beim Pushen und wie wir rein rotieren. Weil ich noch duschen muss und dann zur Prime League rennen muss. I am sorry to chat. Und YouTube, of course. Ja, natürlich super gut für Jack. Spotlight zu pressuren, wenn ich die P-Up habe und Nash spawnt. Weil ich natürlich easy Spotlight pressuren kann. Aber die Gegner reagieren sehr, sehr gut. Und ich habe wahrscheinlich ein bisschen Overforce. Ich wollte unbedingt sofort ein Play machen, aber die Gegner machen nicht Nash. Sie kommen auf uns und ich hatte keine Info. Gemeinsam mit Agurins wollte ich den Player zwingen, aber sie rotieren quasi zu viert auf uns. Und das ist natürlich nicht nice. Aber wir haben niemals selbst Nash-Pressure. Ich bin von Tristana. Ihre Ult gebuffert gegen meinen Flash-Stun. Ich habe also auch keine Chance, sie zu töten. Und Agurinschub auch noch. Aber da gar nicht wirklich einen Weg zu upplayen. Wenn sie gut ultet, gut Exhaust benutzt, Tristana, dann kann ich sie nicht töten. Welche Division ist das? Das ist First-Ev. Ja, gern war Top-OP. Aber noch schöner Play von Norway, dass er da auch rauskommt, ist gut. Generell diese kleinen Plays, wenn die Gegner Nash machen, sind super wichtig. Wir wissen, wir können Nash nicht contesten, aber wir kriegen immer ein paar kleinere Catches. Ja, sonst ist das Game richtig spicy, Twitch-Jet. Beim vierten Drake-Fight. Weil wir sind in guter Position. Ich habe drei Teams. Ich bin super OP mit Sterk's Gage. Divine Sun Drowned. Left Stands. Aber die Gegner sind ja nicht dumm. Die wissen genau, für die ist der Drake halt alles. Für uns ist es kaum was. Mit anderen Worten, sie können auch andere Dinge traden. Also gehen sie einfach heim für unsere Base, öffnen jene. Und die gewähren wir auch so OP. Da haben Brüki fast gewohnshottet. Und dann noch schön gesonnen erst. Dass wir sowas für unsere Base spielen können, als auch für den Drake. Und wir töten Gewähne erst sehr, 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 sehr langsam. Also gehen jetzt für Seel, aber wir nehmen den Fight. Mit meinen TP. Und ich bin auch super OP. Aber jetzt macht Trinheim hier den richtigen Code und geht einfach Midlane. Aber ich verstehe nicht. Warte. Warte, what happened hier? Like, das hat das Game gewonnen, ne? Das hier. Seht ihr das? Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr das auch? Was hier das Game für uns gerettet hat? Trinheim her. Guckt auf seinen HP-Bau und guckt auf seine Ult. Hat das Game gerettet. Und es wäre das Game verloren gewesen. Das ist letztendlich das Game gerettet. Denn was jetzt passiert, wir gewinnen den Fight. Aber die Gegner droppt unsere Recalls. Trinheim macht den richtigen Call. Er geht backdorn. Nachdem er kurz Brüki one-shottet. Und ich muss fighten, weil ich werde ansonsten einfach runtergechastet. Und ich habe keine Chance. Also die Gegner wissen, wir wollen so viel Drake fighten. Aber Trinheim kann backdorn. Hier haben wir auch noch Nash. Und die würden unsere Recalls cancelsen. Also gegenseit einfach bekämpfen. Und ja, wir gewinnen den Fight. Schöner Turnoff von Karni hier. Wir wissen, wir müssen turnen. Argon ist der Einzige, der in die Base rennen kann mit seinem E. Schöner Double Knockup von Karni. To Double Stunt von Jaxx. Damit gewinnen wir hier unten den Fight. Und jetzt gut auf Trinheim. Der macht unsere Base kaputt. Nehmen beide Nexus-Turrets. Und Ich glaube, man weiß es gar nicht in der Kamera zu sehen. Doch, er hat keine Ult. Er stirbt einfach. Versteht euch vor, hat der Ult. Es wäre so verloren. Es wäre eigentlich so dumm, wenn er Ult hätte. Aber er hat keine Ult. Und deswegen Wir haben mich Karni verkauft. Er hat gefragt in den Voice-Comps Was hat er? Warte, ich will die genaue Formulierung. Der genaue Wortlaut. Gewinnst du das? Hat er, glaube ich, gefragt. Da habe ich gesagt, nein. Und dann hat er halt gedacht, Er geht weg. Aber ich dachte, er fragt halt Also ich dachte halt, er fragt, ob er reindaschen soll. Weil Jaxx hier jumpen zu lassen wäre ein No-Brainer. Aber er hat halt gefragt, Quasi, ob er weggehen soll. Was hat Er war einfach Communication-Fehler. Weil ich sag halt, nein, dass ich das nicht gewinne. Also dann ist für mich quasi klar, ich will raus. Und für ihn war klar, er geht weg. Und er lässt mich nicht dashen. Ein bisschen bitter. Ein bisschen besser kommunizieren müssen er und ich aber einfach auch In der Situation Tatsächlich einfach sein Fehler, Weil da muss seine Communication besser sein, Wird ich in einem Fight bin. Mehr so nach dem Motto, kannst du dashen oder so. Oder ob er dashen soll, sowas. Aber ja, es ist natürlich super wichtig, Dass wir den Backdown den 9 und Einfach so geil für uns, dass Trinne mehr keine Ult hatte. Trotzdem schlechte Ausgangslage. Wir haben Ocean Soul verloren. Und offener Nexus fürs Team NNO. Von daher rough to the McTuff. Aber ja, im Endeffekt, wir wissen eines, Jacks ist super OP dieses Game. Ich habe 8 Kills. Argon ist auch super strong und jetzt mit 3. No way ebenfalls. Bulky kann voll, bevor er schlubbt, noch eine Menge Damage durchbringen. Und dementsprechend wollen wir auch in Fight forsten. Weil wenn wir jetzt spät fighten, ist unsere Base einfach offen. Und auch gegen Backdoors ist sehr, sehr gut, Für Gegner zu attackieren. Deswegen die wichtige Wards von Karni, Die hier oben platziert hat in unserem Jungle. Und auch wichtiger Wards von mir bei dem Wolf Camp, Dass wir Trinne mehr halt Backdown sehen. Falls es dazu kommt, kann der halt einfach einen Pinkup platzieren Und Java einen TP drauf. Und dann ist unsere Base einfach in Shambles. Wieder die Fehler auf die Mates schieben. Keineswegs, es gibt bloß eine Verantwortung. Du hast auch gehört, als ich bei dem Botlane TP War das einfach mein riesiger Fehler. Das war der größte Fehler dieses Game, War das Botlane Line Assignment von Brücke und mir. Das war auch mein Fehler. Aber wenn andere Leute auch Fehler machen, Müssen wir halt über alles reden, weißt du, was ich meine? Sowohl, ich habe Fehler gemacht, als auch andere, klar. Aber mein Fehler war der größte Fehler dieses Game. Nach dem Botlane Double Kill. Solche Aussagen mag ich einfach nicht, Weil du natürlich nimmst so viel Verantwortung auf dich wie möglich. Aber gerade in dem Team Environment geht es halt für alle um Verantwortung. Also, eine ziemlich sinnlose Nachricht. Also einfach hier ein schöner harten Gage, ne? Ich kann einfach reingehen und Argoin geht auf die anderen. Sehr schön getimt ein Gage von ihm und Karni. Und zeitgleich von mir. Einfach genau, wenn Norway zurückkommt, haben wir einen harten Gage Und fahren ihn auf mehreren Positionen. Ich gehe einfach straight hammer auf Gran Und dann in die Backline dashen, Karni und Argoin. Dass wir straight einen gewonnenen Fight haben. Brücke macht auch einen Damage, den er kann. Bevor Tründermain unweigerlich One-Shotten wird. Da haben wir einen sehr, sehr schön gewonnenen Teamfight. Gehen auch Java an das Titten, während Brücke an Tründermain stirbt. Undankbar. Dann gehen wir durch Botlane enden. Mega, mega huge. Super wichtig auch noch das ganze Game. Gameweb hat dann Argoin, blivit dann Norway, Karni und Brücke. Super Game gespielt. Nach einem harten Early Game. Ich hätte das Game komplett selbst carryen sollen. Aber habe es nicht getan. Weil es ist einfach illegal, dass euer Jax, der Botlane, DP'd und Doublecke kriegt. Danach nicht komplett OP ist. Deswegen der größte Fehler dieses Game war hier. Der größte Fehler des Games. Ich DP Botlane mit DP'd Vantage. Richtig Insanerplay von mir. Auch mit Flash und Doublekill. Mega geil. Und dann riesiger In von mir. Dass ich hier nicht das Game straight carry, indem ich einfach calle. Brücke, DP Toplane. Fertig. Game is straight over. Wir spinnen für Harald. Drake ist schon tot. Wir nehmen Toplane den Harald mit der Pressure von Jax, der hochrotieren kann. Ich kriege Botlane noch ein Plating. Brücke hat ETP. Vernehmen wir keine Wave. Aber was jetzt passiert? Na, Java kriegt zwei Plates. Zwei Waves und wir sind Evening Gold. Nach einem Doublekill Botlane sollten wir niemals Evening Gold sein. Und haben auch keine Chance für Harald jetzt zu spielen. Also großer, großer Fehler. Und größte des Games. Hat das Game nochmal hart gemacht. Und dann haben wir uns über gute Teamfights zurückgefunden. Und ich habe auch gute Solo-Kids gehabt. Aber auch wichtige Solo-Kids von No Way. Gute Plays von Argoin. Und auch Brücke, der ja sogar Most Damage im Game hatte. Natürlich mit AOE 6 Damage. Als einzige AP-Quelle. Noch sehr, sehr wichtig war für dieses Game. Aber ja. Das war auf jeden Fall mein großer Fehler. Was Kommunikation und Verantwortung betrifft. Und dann später einfach kleinere Fehler von allen Beteiligten. Von daher verstehe ich immer solche Kommentare nicht. Weil das hat nichts mit Fehler auf andere Schienen zu tun. Geht einfach darum, wer welchen Player hat. Und wer welche Verantwortung für den Play trägt. Weil bei diesem TP geht es einfach nur um Brücke und mich. Wir sind die beiden mit Entscheidungen auf der Map. Weil wir ja die beiden mit TP sind und mit Lane Assignment. Weil es geht ja darum, wohin gehen Zicks. Es geht nicht darum, wohin geht Argoin. Oder wohin geht Kani. Es geht darum, wohin geht Zicks. Wohin geht Jaxx. Oder es ist unsere Aufgabe, unser Lane Assignment korrekt zu machen. Und es wäre meine Aufgabe, den Standard-Plates durchzuführen. Weil wenn du Full-HP bist und Full-Mana bist, willst du auf der Lane bleiben und farmen, während der andere halt V-Komm will. Und genau darum geht es. Und schönes Game. Sorry, dass ich das Review ein bisschen rushen musste. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher. Aber wir haben gleich Pro-Dev. Dementsprechend muss ich jetzt duschen. Und dann los. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns wieder. Also, bis dann.